Ich begrüße Sie zu hier und heute. Gleich gibt es die Meldungen des Tages und im Anschluss haben wir die Organisatoren der Rockhütte im Studio. Im Oktober wird es ein spezielles Konzert geben. Welche Bands kommen, was man erwarten kann und wo das Konzert stattfindet erfahren Sie beim Veranstaltungstipp. Jetzt die Meldungen des Tages, unter anderem sucht die Polizei Zeugen für einen Raubüberfall. In Frankfurt-Oder wurde ein 28-jähriger Mann von zwei unbekannten Personen angegriffen und ausgeraubt. Die Täter folgten dem Opfer entlang der Bahnschienen Fürstenberger Straße, Große Müllroser Straße. An der Ecke Große Müllroser Straße, Lukauer Straße wurde das Opfer zu Boden gerissen und traten auf ihn ein. Die Täter forderten die Herausgabe seiner Kreditkarte. Die Täter waren im Alter zwischen 17 bis 23 Jahre und sollen Deutsche sein. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. In einer groß angelegten Aktion hat die Bundespolizei in Frankfurt oder 22 Personen aufgegriffen, die ohne gültige Papiere aus Polen nach Deutschland eingereist waren. Die illegalen Einwanderer stammten aus Syrien, Somalia, der Türkei, der Ukraine und dem Jemen. Einige von ihnen äußerten Schutzer suchen und wurden an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg überstellt. Die anderen Personen wurden an der Grenze zurückgewiesen oder nach Polen zurückgeschoben. Die Bundespolizei betonte, dass die Kontrollen im Rahmen der wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen sowie von Suchmaßnahmen im grenznahen Raum durchgeführt wurden, um die illegale Migration zu bekämpfen. Für interessierte Bewerber als Polizist bietet die Einstellungsberatung der Polizeidirektion Ost zwei Termine an, bei denen Informationen zum Auswahlverfahren, die Einstellungsvoraussetzungen und die Möglichkeiten der Ausbildung bzw. des Studiums bei der Polizei Brandenburg thematisiert und diskutiert werden. Schüler der 10. und 12. Klassen und ihren Eltern können am 1. November in die Nunenstraße 40 in Frankfurt-Oder und am 2. November in die Augustbebelstraße 63 in Fürstenwalde teilnehmen. Beide Termine finden jeweils um 17 Uhr in den Polizeidienststellen statt. Die Ostbrandenburger Handwerker sind trotz Inflation und steigenden Kosten zu 86% zufrieden mit der Geschäftslage. Der Geschäftsklimaindex ist jedoch von 115 auf 102 Punkte gesunken. Die Die Beschäftigungssituation bleibt stabil, aber der Fachkräftemangel bereitet Sorgen. Die Umsätze sind leicht gestiegen, aber ein Drittel der Betriebe erwartet sinkende Umsätze. Die Erweiterung des Tesla-Werkes in Brandenburg wird öffentlich erörtert. Das Landesamt für Umwelt hat 1070 Einwendungen gegen das Vorhaben erhalten. Die Aussprache beginnt am 23. Oktober in der Stadthalle Erkner. Alle Einwender können ihre Bedenken vortragen. Die Antragsunterlagen sind im Internet einsehbar. Das Feuerwehr- und Technikmuseum Eisenhüttenstadt lädt zum 50. Dixieland-Konzert ein. Die Jena Band Dixielanders wird am 27. Oktober swingenden Dixieland der 30er und 40er Jahre spielen. Die Band hat einen unverwechselbaren Sound mit Tuba und Gitarre und begeistert das Publikum mit ihrer Spielfreude. Die Dixielanders haben schon bei vielen nationalen und internationalen Jazz-Festivals mitgewirkt.